hallo freunde der schlechten geschmacks und willkommen zurück von der billions mit eurem twalin lp und anscheinend muss ich hier eine kleine tasten komm jetzt noch mal gleich verändern kann man nicht ändern anscheinend schade denn dies anscheinend auch meine aufnahme das so fein nun aber wir waren hier das letzte mal stehen geblieben als wir begonnen haben dass sie alles zu säubern mit unseren acht soldaten und das kommt ja geht ja recht gut voran wir haben ja bald den nächsten veteranen so eine kurze pause wir bauen häuser willkommen bei der wohnungsbau dmbh zombie im kd wir könnten eine wohnungsbau dmbh bauen warum nicht das ist die idee in einer apokalypse wohnungs wohnung bauen ja meine wir würden keine wohnung haben in einer apokalypse da haben wir den nächsten ja ich habe nur großartige ideen da müssen die mir zustimmen diese soldaten müssen einfach zustimmen das ist eine menge gold das ist schön können wir noch mehr gold herkriegen essen jetzt haben wir den dritten wie viele fehlen uns noch keine ahnung wie viele das hier wird es halt uns gehören das ist schön dass er auf meinen befehlen handelt nr alles sehr praktisch was er machen wollte schon wieder kein holz und kein saft typisch und sie sind sie fallen, sie fliegen all the way anscheinend muss man erst durch eine Schlucht gehen das ist auch gut bis jetzt habe ich leider die Schienen noch nicht im Meditor gefunden ich habe jetzt noch eine zweite Karte gebaut, das haben vielleicht einige gesehen das Problem leider ist, weil ich kann die nicht mehr erweitern im Workshop ich wollte die ja eigentlich weiter ausbauen, aber also im Meditor nicht im Workshop da macht mir die Karte anscheinend nicht durch die Rechte denn irgendwie ist die kaputt gegangen durch ein Update des Spiels das ist wirklich schade, aber ich kann es leider nicht ändern, es tut mir wirklich leid ich wollte nämlich heute auch ein bisschen weiterbauen habe ich auch gemacht und als ich das dann fertig gemacht hatte, hat es sich wieder zurückgesetzt so, auch uns fehlen jetzt nur noch 42 das ist doch schon besser 42 ist also die Standardantwort die liegt von mir hier nicht, aber warum auch immer so jetzt machen wir das ja auch fertig aus das ist hier sicher jetzt können wir auch weiter mit unseren Megahütten bauen und Aare bei Ten und natürlich die Goldmine nicht vergessen die 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 Und jetzt noch hier oben eingelegt. Ah, ich hab ja in die Führung geknackt. Das ist schön. Dann können wir ja jetzt auch endlich mal versuchen vorzustoßen. Das läuft doch gut so bis jetzt. Dann könnten wir es sogar noch heute schaffen. Und, ähm, ja, da halten wir jetzt auch an, denn anscheinend habe ich zwar was zu tun. Naja, ich verabschiede mich für jetzt erstmal und sage bis demnächst. Ja, ich verabschiede mich. Ja, ich verabschiede mich. Ja, ich verabschiede mich. Ja, ich verabschiede mich.